Hallo liebe Kinder. Leider können wir ja gerade keinen Zwargezörner im Sportpark machen. Deshalb kommen wir jetzt zu euch nach Hause. Hier ist die Linda, die Ilvi und der Luis. Und wir machen zusammen eine Zwargenstunde. Als erstes gehen wir einen Tausenschritt ins Zwargeblatt. Auf eine Reise. Und los geht's. Ein, zwei, drei im Sause-Schritt gehen alle Kinder mit. Der Peter ist nun an der Reine und läuft an uns vorbei. Bücken, strecken und umdrehen. Viermal klatschen, stampfen, stehen. Ein, zwei, drei im Sause-Schritt gehen alle Kinder mit. Die Brüte ist nun an der Reine und läuft an uns vorbei. Bücken, strecken und umdrehen. Viermal klatschen, stampfen, stehen. Ein, zwei, drei im Sause-Schritt gehen alle Kinder mit. Der Felix ist nun an der Reine und läuft an uns vorbei. Bücken, strecken und umdrehen. Viermal klatschen, stampfen, stehen. Ein, zwei, drei im Sause-Schritt gehen alle Kinder mit. Bücken, strecken und umdrehen. Viermal klatschen, stampfen, stehen. La, 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 la. Puh, das war jetzt ganz schön anstrengend, gell, die Reise ins Folgenland? Jetzt tun wir erstmal alle die Hände ganz streifig ausschütteln. Alle schütteln, ganz streifig, genau. Und dann tun wir die Beine ausschütteln. Das war so anstrengend, die Reise. Und nochmal die Hände. Und dann nochmal die Beine. So, jetzt geht unsere Reise weiter ins Zwerge. Die Zwerge müssen jetzt über lauter große Baumstämme klettern, als erstes. Okay? Also, ich bin der Baumstamm. So, und jetzt geht's weiter und wir müssen durch lauter Brücken kappeln. Also, ruhen und durch kappeln. Ich muss nicht kappeln. Nein, nicht kappeln. Nein, nicht kappeln. Einfach noch. Komm, ich muss kappeln. Komm, ich brauche kappeln. Komm, ich brauche kappeln, komm. Super, genau. So, und jetzt, wenn ihr eine ganz starke Mama habt, dann kann die Mama euch mal nach oben heben. Möchtest du? Nach oben. So, legt euch zur Mama hin. Auf die Beine. Und die Mama macht Sport mit euch. Und nochmal hoch. Und nochmal hoch. Super. Genau. So, und jetzt laufen wir weiter Richtung Zwergenland. So, liebe Kinder, jetzt sind wir im Zwergenland angekommen. Als erstes erkunden wir das Zwergenland. Schlechen wir mal durch. Schlechen wir mal durch. Zwerge nicht wecken, schön leise sein. Als nächstes gehen wir wie kleine Zwerge. Und dann gehen wir als große Riesen auf die Zehenspitzen, strecken uns und gehen wieder durch das Zwergenland. Ganz groß machen. Genau. Und jetzt schleichen wir ganz, ganz leise durch das Zwergenland, um die Zwerge nicht zu wecken. Und als nächstes stampfen wir so laut wir können, dass die Zwerge hören, dass wir kommen. Und dann gehen wir jetzt erst einmal über die ganzen Becher von den Zwergenland. Drüben. Ja? Decken sie auf. Also hier drüber, immer weit, weit. Und drüber hüpfen. 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 So. Und jetzt suchen wir die Zwerge unter den Bechern. Gucken wir mal, ob die da sind. Da ist einer. Und an die Daumen. Da vorhin. Gucken. Noch ein Zwerg. Überall wohnt ein Zwerg im Zwergenland. So. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schwieriger. Wir bauen kleine Zwergbörfer. So. Hier eins. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin da. Okay. Komm. 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 So. Jetzt hüpfen wir über die Zwergbörfer. Und. Eins. Zwei. Und noch mal. Ich mache mich nicht. Und noch mal. So. Jetzt hüpfen wir mit einem Bein. Du musst damit bleiben. Ich helfe das drücken. Ja. Mama. So. Und jetzt bauen wir eine Straße für die Zwergen. So. Jetzt können wir durch die Straße laufen. So. Geht doch von hinten. Super. Wir laufen. Und. Durch. So. Durch die Zwergenstraße. Zurück. Einfach zurück. Und. Und noch mal. Noch mal durch die Zwergenstraße. Und noch mal zurück laufen. Komm. Und noch mal. Genau. Super. Super. Ja. Ja. Und jetzt machen wir eine Zwergenplanung. Einmal in Slalom. So. So. Okay. Alles klar. Das ist klar. Ein tolles Zwergensplanung. Und noch mal zurück. Ein tolles Zwergensplanung. Und noch mal zurück. Jetzt gehen wir zu zweit. So. Super gemacht, dann bauen wir wieder um. Als Abschluss machen wir noch eine Zwerge-Olympiade. Die Zwerge wollen jetzt alle in ihre Häuser. Also los, bring mal den ersten in seinen Haus. So, jetzt gehen alle Zwerge in ihr Haus. Einer fehlt noch. Dann sind alle Häuser besetzt. Genau, oh nochmal. Kommt nochmal. Super. So, super. Alle Zwerge sind in ihre Häuser gelandet. Und als allerletztes bringen wir jetzt die Zwerge zurück in die Höhle, damit sie wieder im Winterstag verfeiert werden. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alle Zwerge in die Höhle. Alle Zwerge in die Höhle. Kommt los, bring sie in die Höhle. Alle Zwerge in die Höhle. Genau. Super. Alle gehen zurück zum Winterschlaf. Und weiter gucken. Das ist noch einer. Alle mitnehmen. Alle mitnehmen. So. Super. Alle Zwerge sind in ihrer Höhle. Und schlafen jetzt ein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.